Mein Name ist Nora Tschötschel, ich bin Koordinatorin der Caritas hier in Dermin. Wir haben hier eine Begegnungsstätte mit einem Carri-Sat-Laden und bieten hier allgemeine soziale Beratung an. Wer bei uns einkaufen kommt, der kann eben zusätzlich auch in die Begegnungsstätte kommen und kann dort für wenig Geld einen Kaffee kriegen und kann sich hier mit seinen Freunden treffen und kann dadurch auch mal ein bisschen Freizeit verbringen und kommt auch mal raus. Jetzt wünsche ich allen Mitspielern mit einem Megalos viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 9 0 1.000 Euro fallen auf die 4 7 3 9 10.000 Euro auf die 4 6 9 2 3 100.000 Euro auf die 9 4 6 5 6 3 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 7 4 1 7 8 5 3. Spielen Sie mit und helfen Sie ihnen mit Menschen. 72 27 27 28 Untertitelung des ZDF, 2020